hallo welt da sind wir wieder hallo sandra du bist auch da ja hallo youtube hallo ich ja ich habe ein foto in der hand ich soll hier suchen soll irgendwie ein bestimmter ort die man denken kann ich finde ich nicht die position naja was soll's was ist denn hier los haben wir das schon eingenommen ich bin das wäre mit stirn ich glaube dann nein überladen ich dritte ein bisschen nach rechts ab wenn ich laufen warum auch immer ich daran drehe als stand drehen wer ist ach jörg bist du okay hier war es zum plündern rutsche hören ja zahnräder ja chateau bouchard drei von vier ja mir fehlt noch ein zahnrad dem hätten wir das auch markiert hier ja hast du was da unten ja ich glaube das ist kein zahnrad aber irgendwas ist ja noch zum einsammeln schwarzpumpe wer ist denn der typ ich hab sie nicht vergessen das hier ist ein tresor für dich treffen ja ich bin nicht sicher mhm hork haben wir ja also mhm hork ist es wohl nicht ok aber wir machen jetzt oder doch charlomaine victor bouchard ist mein name aber das ist viel zu lang also nämlich einfach schalke willkommen auf schloss bouchard der lauteste und stinkigste ort in ganz home county und der einzige an dem ein kleiner pupsmeister schlafen kann wenn er schlecht gelaunt ist er ist jetzt oben im bro nest er heißt blade und ist der sohn von meinem cousin huck aber wir ziehen ihn gemeinsam auf und ich sag dir der apfel fällt nicht weit vom stamm wenn er für schloss und schüsse hört fühlt er sich pudel wohl rengenommen gehört dieses drecksloch hier den highwayman aber aber hörk und ich haben uns hier verkrochen solange der kleine zahnt es bricht mir das herz den armen kleinen wein zu sehen wie auch immer seitdem versuchen die highwayman flachwächser jeden abend den ort hier zurück zu erobern bis jetzt konnten wir sie gut abwehren aber im moment bin ich ein bisschen gestresst wenn ich ehrlich bin wärst du so nett einer überarbeiteten mami in not zu helfen ich habe ein paar fallen an diese hochdruckrohre angeschlossen aber die müssen noch scharf gemacht werden der kleine blade hält mich ganz schön auf trab ich will nur mal fünf minuten für mich haben ich leute dich von hier oben an ok ok dampf schlitze im boden woach da sind ja einige nein ich bin im wasser macht ja nichts ist das wasser versorgt nein scheinbar nicht hier folgt hier folgt hier oder hier sind die zahnräder noch hier bei mir gut so viel munition ich kann die neuen fallen die arschmorden heute fernhalten aber das ist dann mein problem du hast mir geholfen hier ist eine belohnung probier mal hörks und mein ganz privater party schnapps das ist die eiserne reserve ist nur für die besten freunde und für besondere amigas wenn du verstehst okay trinken und ich hast du schon getrunken wie trinke ich denn hier steht so was rum ach hier ja wenn ich es nehmen könnte und jetzt werden wir überfallen oder wie naja erstmal haben wir einen kater glaube ich können wir überhaupt noch was sehen erinnert mich an fallout 76 der nukaschein drink und nur einige stunden später möchtest du hier an ja 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 wo sind sie denn da kommen sie Boah, du machst das schon. Boah, du machst das schon. Boah, du machst das schon. Boah, die sind gut am Fliegen. Boah, du machst das schon. Boah, die fliegen gut, ja. Boah. Und? Boah. 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 die am scharfschützen online könntest du mich ich helfe dir wieder wo 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 ja komm dahinter weg ich nein ich meine da jetzt sind sie da drüben wieder okay vielleicht ja vielleicht sind hier wieder welche aber ich denke zu zweit sollten wir schon irgendwie hinbekommen sind auf deiner seite auch welche ja viele wo wie schaut es bei dir aus ein paar wer trifft wer trifft mich denn da lebt er noch ja der lebt ja noch hubschrauber ich habe was gehört so ist jetzt noch gut so viele tote hier ach was ja 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 geschafft bin ich überladen kann man nicht überladen werden eigentlich nicht dass ich wüsste sind die ganzen leichen ein bär da war ein bär ich bin mir eigentlich ziemlich egal mir ist wichtiger dass du echt glaubst du wärst schlau wenn ich dich kriege nicht dir ein Arschloch zu dann weißt du dass du nur voller scheiße bist okay hätten wir das geschafft gut da ist noch eine leiche da ist noch ein grizzly der sich ja das ist glaube ich so ein pronkorn oder so ist weiß okay ach da liegen die alle gut nein nein auch nein okay gibt es da noch was in der lagerhalle es gab da noch einen brief zum lesen da da wo wir uns betrunken haben gerade wo soll der brief sein bei den teddies am bett ok höchst notiz an blade hey kleiner mann ich weiß du kannst nicht lesen oder überhaupt wörter verstehen aber ich will dass du weißt dass dein papa dich lieb hat nicht bei dir zu sein ist das schwierigste was ich jemals machen musste aber ich muss diesen leuten einfach helfen eines tages wirst du verstehen dass es drei menschenschläge gibt die schafe die beschützt werden müssen der wolf der seine beute anvisiert und der schäferhund mit den überdurchschnittlich großen eiern naturgegebener muskelpacktheit und purer alpha zität aus dem bilderbuch der den wolf unterwirft nanu oh kannst du die zweite seite lesen weil ich höchst notiz an blade wir sind eine schäferhundfamilie wir beschützen die schafe und zwingen die wölfe zuzusehen während wir mit den schafen geschlechts verkehren herzliches papa achso das schreibt ihm heutzutage sein kind alles gut ja ich glaube wir sind dann auch schon am ende der folge oder ich habe die uhrzeit nicht so im blick ja habe ich jetzt auch nicht so im blick ja liebe welt da draußen vielleicht noch ganz kurz falls an dem bild irgendetwas anders als sonst sein sollte ja mein monitor ist letzte woche kaputt gegangen und deswegen wird bei mir zumindest die aufnahme in einer anderen auflösung sein weil ich noch keinen neuen monitor habe bei dir sandra wird alles normal sein denke ich oder bei mir ist alles normal da hinten ist ein paket angekommen das holen wohl sogar noch schnell ja und hier liegt noch eine leiche rum die hole ich auch ganz schnell auch wenn hier paar rett hirsche sind und ein bär hast du das mit dem bild gefunden übrigens sandra mit was für ein bild das bild bild für keine ahnung für den ort hier weil hier irgendwie weg achso weil hier oben ist so eine stelle ah hier tracys reisen in den ersten jahren nach dem kollaps war es arschkalt wegen der ganzen asche in der luft die sonne kam nicht durch um die erde aufzuwärmen deswegen verhungerten und erfroren wir alle haben sich um diese quelle versammelt als wäre es das wasser über das jesus lief aber niemand kämpfte niemand bettelte niemand bedrohte andere wir saßen nur herum wärmten uns und haben es riskiert das wasser zu trinken große teile des counties sind nicht wieder zu erkennen manchmal verlaufe ich mich aber die quellen sind so wie immer sie sind heiß geblieben und haben uns durch das gröbste gebracht es erleichtert mich zu wissen dass die erde nicht komplett abgestorben ist finde die richtige position ja ich weiß aber nicht wie es vibriert immer da muss man dann ein bisschen länger drauf halten ah ja scheint geklappt zu haben oder ok gut dann hätten wir es auch in diesem part mal gemacht ja dann bedanken wir uns für euer zusehen für eure kommentare und für eure likes bis zum nächsten mal tschüss tschüss